Hallo zusammen, ich bin Tinka und ich suche auch gerade auf Bad. Darum habe ich keine Zeit, um in die Kamera zu schauen. Aber wenn ich ein bisschen älter bin, mache ich dann auch schon die Topf jetzt, weil ich halt so viele Blöcke lege und suche dann auf Bad.